Wie hat es ein Mathematikprofessor und Agent geschafft, die Börse auszutricksen und einen Weg zu finden, mehrere Milliarden in nur wenigen Jahren zu verdienen und im Endeffekt zum besten Trader der Geschichte zu werden? Dafür müssen wir ganz früh in seinem Leben beginnen. James Harris Simmons wurde geboren 1938 in Newton, Massachusetts. Von Anfang an war klar, er interessierte sich stark für die Mathematik und dessen Konzepte. Im Matheunterricht war er immer einer der Besten und dann, nach dem Abschluss der High School, begann er sein Studium an der MIT. Und dort schritt er schnell voran in seinen Wegen der Mathematik, was dafür sorgte, dass er mit anderen führenden Mathematikern an der Berkeley University in Kalifornien anfing, weiter zu studieren. Von dort an schaffte er es, mit einem Kollegen sehr viele mathematische Probleme zu lösen. Aber das brachte ihn in seinem Karriereweg noch nicht voran, da er bis dahin noch kaum Geld verdient hatte. Und er brauchte zu diesem Zeitpunkt Bittergeld und hatte deshalb nur eine einzige Chance. Er bekam ein Jobangebot im Defense Department während des Kalten Krieges. Dort wurde er als Code-Knacker angeheuert, denn wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt im Kalten Krieg. Und dort war es sehr nötig, russische Codes zu knacken. Und das Ziel der NSA war es herauszufinden, was die Russen an Nachrichten transportierten. Zudem brauchte er dringend Geld, also hatte er endlich einen Job gefunden, bei dem er seine mathematischen Künste nutzen konnte, um Geld zu verdienen. Doch das Geld, was er verdiente, reichte ihm nicht. Er wollte endlich mehr Geld verdienen und endlich finanziell frei werden. Deshalb war sein Plan, in Aktien zu investieren, da er gehört hatte, man könne damit viel Geld verdienen. Jedoch hatte er keinen Schimmer, wie man investieren sollte und in welche Werte man investieren sollte. Er startete trotzdem die Reise mit seinen Freunden und investierte in Einzelaktien. Jedoch verlor er anfangs auch dieses ganze Geld. Aber er gab nicht auf. Er erlernte immer mehr und neue Muster und fing an, erneut Muster zu erkennen im Markt und Verhaltenswesen des Charts zu erkennen. Und dort konnte er dann auch endlich finanzielle Erfolge einsammeln und immer mehr Geld verdienen mit seinen Freunden. Was gestartet war als Traum, mehr Geld zu verdienen, entwickelte sich schnell in ein lohnenswertes Unterfangen. An diesem Zeitpunkt arbeitete Jim Simmons nicht mehr bei der NSA, da er mittlerweile schon mehr Geld an der Börse verdiente als in seinem normalen Job. Doch wie konnte er es nun schaffen, so groß zu werden, wie er dann war? Wie sollte sein Weg weiterlaufen hin zu seinem Vermögen von 30 Milliarden US-Dollar? Jim Simmons gründete ein Hedgefonds namens Renaissance Technologies und dieser Hedgefonds sollte sich als äußerst lohnenswert erweisen. Seine Herangehensweise an den Markt war anders als die von jedem Analysten und die von jedem bisher bekannten Marktguru. Seine Herangehensweise kam eher aus der Mathematik, da er immer noch die Mathematik im Herzen trug und sehr stark daran hing, einfach Muster zu erkennen im Markt und nicht aufzuhören, wenn seine Muster nicht mehr aufgingen, sondern er erneuerte immer seine Muster und folgte deshalb einer strikten Regelung an neuen Mustern und wurde dadurch immer profitabler. Wenn du auch daran interessiert bist, profitabler am Aktienmarkt zu werden, dann schau doch gerne mal mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbei. Dort könnt ihr euch eure Vermögenswerte wünschen und erhaltet dann unsere Analysen dazu. Diese Analysen basieren selbstverständlich auch auf mathematischen Berechnungen. Warum das Ganze so wichtig ist, erfahren wir von Jim Simmons selber. Die Philosophie von Jim Simmons war es, Mathematiker, Physiker und sonstige Wissenschaftler in seine Firma einzustellen. Also nicht unbedingt Leute, die einen klassischen Hintergrund von der Börse hatten, sondern eher Leute, die aus der Wissenschaft kamen und somit stark Muster erkennen konnten. Das Wichtigste an einer Wissenschaft ist natürlich, dass man Muster, die bereits existierten, vorhersagen kann und Verhaltensweisen von Dingen, Objekten oder generellen Regelungen vorhersagen kann mit festgelegten mathematischen Formeln. Daran glaubte auch Jim Simmons. Denn in seiner Firma stellte er immer Leute ein, die schlauer waren als er und die bereits weiter in der Mathematik oder ihrer jeweiligen Wissenschaft war, um eben mehr Geld zu verdienen. Aber funktionierte diese ganze Strategie überhaupt oder war es einfach nur eine hirnrissige Idee? Jim Simmons Hedgefonds wuchs rasant an. Der Wettbewerb hatte keine Chance gegen die präzisen mathematischen Berechnungen von Jim Simmons und seinem Team. Selbst erfahrene Trader und erfahrene Börsengurus hatten keine Chance an diese starken Finanzsteigerungen und an die starken Gewinne, die die Renaissance Technologies einfuhr, mitzuhalten. Die Jahresrendite des Renaissance Technologies Hedgefonds lag bei rund 66% im Durchschnitt. Zum Vergleich, der MSCI World hat nur 9% Jahresrendite und selbst erfahrene Börsenhändler und erfahrene Trader sind nicht so stark dabei. Ein Beispiel wäre Warren Buffett mit gerade einmal 30%. Das heißt, wir sehen, der Unterschied zwischen Jim Simmons und des restlichen Wettbewerbs ist so groß, dass der restliche Wettbewerb nicht mal die Hälfte der Profite einfahren kann im Vergleich zu dieser Strategie. Die Strategie ist mit einzigartig auf dem Markt gewesen, denn zu der Zeit, als Jim Simmons den Hedgefonds gründete, waren mathematische Berechnungen, um den Chart vorherzusagen, selten. Es gab zwar Methodiken, wie beispielsweise die Elliott-Wellen-Methodik von Nelson Elliott, aber ansonsten gab es wenige Leute, die darauf beruhten. Die meisten beruhten auf fundamentaler Technik und sagten den Chart nicht richtig vorher, sondern beruhten sich nur auf die Nachrichtenereignisse, wie zum Beispiel, wie viel eine Firma an Gewinn erwirtschaften konnte und wie es mit den Firmenlagen weitergeht. Aber nicht Jim Simmons. Er beruhte sich rein auf den Chart und berechnete anhand dessen mit seinem Team weiterhin nur den Chart und wie sich die Muster ausbilden würden, was dafür sorgte, dass sein Vermögen schnell anstieg und mittlerweile im Milliardenbereich lag. Dieses Vermögen baute er sich Jahr für Jahr immer stärker auf und dadurch wurde er zum besten Trader der Geschichte mit mittlerweile 30 Milliarden US-Dollar als Vermögen. Doch wieso war seine Strategie so erfolgreich und die anderen bereits etablierten Strategien nicht? Hier ist ganz klar zu verstehen, dass der Markt selbstverständlich in gewissen Mustern abläuft. Es gibt Dinge, wie zum Beispiel Kerzenmustern, nach denen manche Leute handeln, aber Jim Simmons beruhte auf der Mathematik. Das heißt, er war natürlich deutlich überlegen, da er die Märkte vorhersagen konnte mit präzisen Formeln, die er aufgestellt hatte. Wir zum Beispiel nutzen die Elliot-Wellen-Methodik und mit dieser Methodik kann man auch mathematisch den Chart berechnen und Verhältnisse von gewissen Bewegungen berechnen und dadurch besser abwägen, in welcher Bewegung man sich befindet und welche Bewegung als nächstes passieren wird. Somit ist man natürlich deutlich überlegen zu fundamentalen Tradern, die sich rein auf Marktereignisse beruhen, denn diese können selbstverständlich immer in beide Richtungen ausschlagen. Ein Beispiel dafür sind die Reden von Jerome Powell und der Fed. Je nachdem, was dort gesagt wird, kann es entweder positiv oder negativ ausfallen. Auch wenn man weiß, dass an dem Tag eine Rede ist, es kann immer in beide Richtungen gehen. Mit solchen mathematischen Methodiken ist das natürlich nicht der Fall. Da verlässt man sich auf die Muster und auf die Verhaltensweisen des Marktes, die man vorher mathematisch berechnet hat und kann somit natürlich viel präziser handeln. Doch wie nutzte Jim Simmons nun das erwirtschaftete Geld? Er gründete in den 90er Jahren bereits mit seiner Ehefrau mehrere Foundations und mehrere Charity-Organisationen. In diesen spendete er all sein Geld und versuchte, die Mathematik voranzutreiben in der USA. Und natürlich war es ihm auch ein hohes Anliegen, junge und bedürftige Kinder zu unterrichten und in der Mathematik zu bilden. Selbstverständlich verdient er heutzutage noch immer sehr viel Geld mit seinen Berechnungen und mit Renaissance Technologies, da er immer noch Anteile hält. Jim Simmons hat es also geschafft, von einem mathematikbegeisterten Jungen bis hin zu einem Multimilliardär zu werden. Und das alles nur mit Trading. Das ist einfach der Beweis, dass Trading immer noch funktioniert und damals auch schon funktioniert hat, wenn man nur weiß, wie man es anstellt und wenn man weiß, mit welchen Methodiken man handeln muss.